moin moin liebe zockerfreunde ich darf euch herzlich begrüßen zu kant des kanalschau für den monat märz 2017 wir hatten ja einmal breaking news diesen monat aber jetzt kommt wieder die monats kanalschau quasi themen für den monat märz was von was so abgeht hier auf dem kanal hier einmal die themen im überblick bevor ihr jetzt aber gleich was dazu schreibt in den kommentaren bitte erst zu ende schauen weil es gibt nachher noch ein bisschen mehr sachen wozu ihr was schreiben könnt es gibt ein paar sachen die sich hier ändern nicht unbedingt aber wo ihr halt gerne etwas zu schreiben mögt und schreiben könnt und wo ich mich darüber freuen würde deswegen erst zu ende schauen und dann was dazu schreiben also themen diesen monat sind city skylines ganz klar city's in motion 2 bleibt wie immer also kommt natürlich gleich noch ein bisschen mehr sehen und überblick ets 2 also euro truck simulator 2 spin tires transport fieber live streams auf twitch und sonstiges nachher zum schluss ok also city skylines city skylines ist natürlich gerade ein neues dlc angekündigt worden was mich sehr sehr reizt muss ich ganz ehrlich sagen das dlc heißt mass transit also massentransport im grunde genommen von fahrgästen sowie das bei city the motion 2 ist und im grunde genommen auch bei transport fieber also es wird glaube ich eine ganz spannende geschichte in diesem dlc ist kann ich euch ja schon mal kurz erzählen wird es auch eine monorail geben es wird heiß luftballons wo ich gerade sagen hier zeppeline wird es geben und nicht zu vergessen größere bahnhöfe und so eine seilbahn ist damit bei es wird sehr sehr spannend auch einige sachen die ohne dlc erreichbar sind aber da kann ich euch nicht noch nicht mehr zu sagen da muss ich erst noch mal schauen im hintergrund falls ihr euch wundert was das ist dass das spin tires von gestern abend am mittwoch abend mit dem ratze zusammen spin tires gemacht ich habe es nicht aufgenommen könnt ihr euch aber auf twitch angucken wenn ihr wollt sowas wird öfter mal im hintergrund einfach mal so spontan passieren okay kommen wir nun zum thema city the motion 2 was auch mittlerweile ein sehr beliebtes thema es ist beliebter als city skylines also es ist schon wirklich ein wunder muss ich sagen weil für dieses alte spiel sag ich mal so es ist ja nicht unbedingt wirklich alt aber es ist wirklich ein etwas älteres spiel ist es wirklich sehr beliebt und ich freue mich darüber möchte mich dafür natürlich bedanken wir werden wie gesagt weiterhin den multiplayer aufrechterhalten und müssen aber halt sehen es gibt natürlich immer noch mal wieder aspekte wo man privat weg muss und vier leute zusammen zu kriegen auf dauer habe ich euch letztes mal schon gesagt ist nicht ganz so einfach natürlich so viel wie möglich werden wir multiplayer machen ganz klar wenn es aber mal nicht passt gebe ich euch oder mache ich für euch eine eine single player von hamburg deswegen seid mir deswegen nicht böse ich möchte natürlich dass city the motion weiter läuft und das möchten wir alle vier und das macht uns allen vier noch spaß wie gesagt real life steht im vordergrund auch wir sind gamer mit herzen so kommen wir nun zum thema was immer noch sehr gefragt ist glaube ich wurde angeschrieben ob ich nicht mal videos wieder videos zu ets 2 machen kann ja ich habe zwei gemacht ich weiß aber noch nicht wann ich die raushaue und wenn ich wieder videos machen sollte um jetzt die fragen einfach mal zu beantworten wird es unregelmäßig sein ich werde da keine regelmäßigkeit reinbringen mehr zumindest erstmal nicht schaut auf im livestream vorbei meistens samstags oder sonntags fahren wir konvoy im wechsel ats und ets wenn das alles klappt also es wird auf jeden fall samstag oder sonntag live stream geben dazu von daher schaut vorbei auch beim amix so jetzt kommt das thema spin tires spin das läuft ja gerade im hintergrund auch das wurde gefragt ob ich das nicht mal wieder video form machen kann dieses was sie gerade sieht ist ein video form auf twitch wie gesagt von gestern abend von ratz und mir wäre eher spontan mal wieder eine geschichte wenn wir dazu kommen und so weiter das ist natürlich immer man muss das man muss die map in einem zug zusammen durchspielen man kann es nicht speichern also eher spontan eher auf twitch jetzt kommt das thema transport fever wir haben ja letzte woche am freitag transport fever live let's play neu angefangen eine neue staffel mir gefällt es sehr gut wie wir den stil den wir derzeit haben wie gesagt es wird weiter montags und nein gar nicht montags dienstags freitags und samstags eine folge geben das wird auch weiterhin passieren und ich versuche freitags im live let's play weiter das zu machen nun dieses wochenende wird ein bisschen schwierig da werde ich wahrscheinlich heute abend am donnerstagabend schon ein zwei folgen vor produzieren so dass wir am freitagabend noch eine folge mindestens machen ich kann aber freitag nicht so lange ich habe freitag nacht schicht deswegen muss ich da eventuell mich noch mal ein zwei stündchen aufs ohr legen real life geht vor ich versuche es immer euch gerecht zu machen das wisst ihr auch und es macht mir auch spaß ich möchte das ganze auch weitermachen aber wie gesagt habt ein bisschen rücksicht meine arbeit mein real life geht vor ich opfere wirklich viel von meiner freizeit für diesen kanal und es trägt ja auch früchte es macht mir auch spaß aber wie gesagt habt da ein bisschen rücksicht wenn nicht dann tut es mir leid so achso was ich auch noch sagen möchte ich habe viele ideen für transport wie wir viele nachfragen auch wie kann man was machen auch mit signalen zum beispiel das werden wir alles in den nächsten folgen bearbeiten schaut also rein ok nächstes thema auf meiner liste ist live streams auf twitch am freitag das war der wahnsinn zum staffelauftakt haben wir wirklich als rekord neu auf twitch 75 live zuschauer gehabt das ist der wahnsinn das ist der absolute wahnsinn ist für mich auf twitch ein neuer rekord ich möchte dass ihr weiterhin so zahlreich erscheint wie gesagt ich versuche da eine regelmäßigkeit rein zu bekommen wie gesagt dieser freitag nächsten freitag geht das auch wieder also den ersten freitag im märz geht das nicht den zweiten freitag im märz klappt das auch wieder ich muss halt gucken wie meine schichten sind aber wie gesagt es wird immer mal wieder live stream geben und schaut nicht nur die live streams wenn transport fieber kommt das ist immer wieder zu sehen wie leute den live stream join und wieder rausgehen nur weil kein transport fieber kommt wir zocken auch andere sachen und auch das macht spaß ich zeige euch doch kein mist was mir keinen spaß macht von daher naja ist eure entscheidung ich bedanke mich trotzdem für alle die die da sind so als nächstes thema steht bei mir sonstiges sonstiges ist es für mich noch mal um alles was mich so ein bisschen in den letzten tagen und nächsten tagen so bewegen wird was es neues geben wird was sich ändern wird und halt sachen wo ihr darauf reagieren könnt ihr könnt auf alles reagieren ist ganz klar was für mich wichtig ist ich habe einiges einige entwickler angeschrieben von spielen ich hoffe dass ich da ein bisschen was zur verfügung gestellt bekomme es wird auf jeden fall einiges kommen zum thema angezockt werden wir vieles vieles machen die nächste zeit zumindest in diesem monat denn kommt noch wieder also kommt jetzt kettle and crops in die early access phase das darf ich ja auch mit investiert das heißt das soll jetzt im märz stattfinden ich weiß nicht wann im märz das kommt aber wir werden da auf jeden fall reinschauen auch im live stream auch angezockt werden wir machen ich bin gespannt also ich bin wirklich sehr sehr gespannt was das angeht des weiteren werden wir natürlich weiterhin auch das projekt mit meiner frau zusammen seven days to die auch das ist mittlerweile nicht ganz unbeliebt muss ich sagen ja ansonsten bin ich soweit wieder fit husten und schnupfen ist soweit durch ich hoffe dass ich mir jetzt nicht wieder was einfange so dass wir wieder ordentlich streamen quatschen und ordentlich videos gucken können ok das war es eigentlich jetzt schon soweit von mir es gibt nichts großes was ich ändern möchte wenn ihr ok ich habe jetzt mir einen punkt aufgeschrieben bei mir bei der bundeswehr zum abschluss des antretens haben die immer gesagt sorgen nöte anträge das heißt habt ihr sorgen habt ihr nöte habt ihr anträge möchtet ihr kritik oder loblos werden an die crew an mich an irgendjemand an meine frau alles alle die beteiligt sind an diesem kanal zu denen könnt ihr gerne was schreiben konstruktive kritik nehme ich natürlich auch gerne an irgendwelche beschimpfungen ist ganz klar werde ich nicht darauf reagieren genauso wie kommentare wie erster oder sowas gut gibt es sind da werde ich stehen lassen aber naja gut das war eigentlich schon soweit von mir im metergrund haben wir jetzt gleich quasi die erste werkstatt oben freigeschaltet jetzt überhole ich ihn auch noch bergauf das war eigentlich eine ziemlich lustige aktion ja wenn ihr noch ideen habt was wir vielleicht noch an projekten machen können was spaß machen könnte was ich vielleicht übersehen habe ich habe noch einiges cooles gesehen bei denen ich habe so eine liste von entwicklern was so alles demnächst rauskommt ähm also da glaube ich könnte es durchaus noch ein bisschen was spannendes geben was wir als projekt machen können äh ich bedanke mich fürs zuschauen vielen dank für eure treue die nächste kanalschau voraussichtlich äh ende diesen monats dieses mal bin ich ein bisschen verspätet es tut mir leid aber es ging nicht früher ich hab ich hab viel privat zu tun und ach ich komme schon wieder nicht zum ende bedanke mich fürs zuschauen wenn es euch gefallen hat und wenn es euch hier gefällt schreibt uns mit einem däumchen und wenn ihr noch kein abo habt nehmt eins mit und dann würde ich sagen sehen wir uns im nächsten livestream oder als kommentar in einem unserer videos vielen dank und bis zum nächsten mal tschüss